Französische Gendarmen auf Patrouille am Ärmelkanal, südlich von Calais. Sie suchen nach Migranten und Schleusern zwischen Dünen und alten Weltkriegsbunkern. Denn von diesen Stränden aus könnten Massen von Migranten nach Großbritannien losziehen, fürchtet die Regierung, drüben in London. Die Gendarmerie findet immer wieder Spuren der Schleuser. An diesem Strand haben wir öfter schon Schlauchboote gefunden, die im Wasser waren, aber wegen der schwierigen Wetterbedingungen gekentert sind. In dem Bunker dahinten haben wir Neoprenanzüge, Rettungswesten und Benzinkanister gefunden. Jeden Tag durchkämmen auch Fußgruppen der Gendarmerie inzwischen den Strandabschnitt. Die lebensgefährliche Überfahrt in kleinen, seeuntüchtigen Booten soll so verhindert werden. Wir wissen nicht genau, was uns mit dem Brexit erwartet, wie er ablaufen wird und genauso geht es den Migranten. Bevor es soweit ist, versuchen sie noch mit allen Mitteln rüber zu kommen, weil sie nicht wissen, was dann passiert, ob die Kontrollen eventuell noch stärker werden. Um sie geht es. Migranten, die jetzt vor allem aus dem Iran und Afrika kommen. Vor ein paar Tagen hat die Polizeilager der Flüchtlinge geräumt, wie hier in einem Randbezirk von Calais. Ein paar Tausend könnten in der Region noch ausharren, viel weniger als noch vor zwei Jahren. Doch die, die jetzt noch hier sind, träumen noch immer von einem Leben in Großbritannien. Wie er nennen wir ihn Amman. Vor vier Jahren floh er aus Eritrea, einer Diktatur. Über den Sudan ging er nach Libyen, wurde aufgegriffen, er wurde misshandelt, floh erneut. Dann haben sie in Libyen auf mich geschossen. Schau, ein Durchschuss am Arm. Brigitte Lips kümmert sich um Amman und die anderen Migranten von Calais, lädt ihre Telefone aufverteilt essen. Sie weiß, worauf es bei der Flucht ankommt. Geld spielt eine große Rolle. Einige versuchen, mit dem Schiff rüberzukommen. Sie können das, weil sie Geld haben. Die Afrikaner haben kein Geld. Es heißt, mindestens 6000 Euro verlangen die Schleuser. Je größer das Risiko der Reise, je kleiner die Boote, desto billiger kann es werden. Allein im Dezember seien etwa 200 Flüchtlinge so über den Ärmelkanal nach Großbritannien gekommen, erklärt die Grenzpolizei. Der britische Innenminister Saeed Javid sprach da von einem schwerwiegenden Zwischenfall. Im Januar treff er seinen französischen Kollegen Christophe Castaner. Der Brite versprach dem Franzosen weitere 3,6 Millionen Euro für seine Grenzsicherung. Javids Vater war 1961 aus Pakistan gekommen. Unter den streckten Gesetzen, für die sein Sohn nun einsteht, hätte er heute keine Chance auf ein Bleiberecht gehabt, sagen Javids Kritiker. Amman aus Eritrea jedenfalls wird kaum eine Chance in Großbritannien haben und seine Familie wohl auch nicht. Ich habe zwei Kinder, einen Sohn, der ist neun, und eine Tochter, die ist jetzt acht, und eine Frau. Ich habe sie alle vier Jahre nicht gesehen. Die Migration über den Kanal hat ihren Höhepunkt erreicht, glauben die Grenzschutzbehörden. Wer es bis jetzt nicht geschafft hat, wird wohl hier bleiben müssen. Der Möμέger Gründe wird wohl hier er axelisch. Ich habe sie nicht geschafft, was es in der Erzieher ungefähr RGUES defensive. Nach跑 z Westerböck Westerböck�onna